Oh, die wollen doch nicht etwa alle in Visconti? Glaube ich nicht. Oh, guck mal, Tote Venedig läuft im Furzkino. Da können die Wohnzimmerkinos nicht ausstehen. Der Ton ist mies, die Leinwand ist mies, du hockst da drin wie eine Ölsardine. Dann lass uns doch an den Stallone gehen. Meint er das jetzt ernst? Klar, warum nicht? Das ist bestimmt super, der Film. Ach komm, vergiss es. Ich gebe doch keine 10 Mark aus, um zwei Stunden lang zuzugucken, wieder ran oder irgendwelche Leute verprügeln. Also los jetzt.